Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Und zwar ist es mal wieder ein Minecraft mit Let's Play. Also es ist wirklich jetzt auch ein richtiges Let's Play? Nein, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, es wird ein längeres. Und zwar war ich ja mal der Meinung, dass ich doch ein Let's Play machen möchte, speziell in Minecraft, dass man dann eben auch ein bisschen intensiver benutzt und auch mal wirklich so durchgeht, was es da so alles gibt und, und, und. Und es hatte sich angeboten für mich Infinity Evolved. Aber das ist ja doch jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, gucken wir uns doch mal, was gibt es aktuell so. Also was gibt es aktuelle Mod-Packs für die aktuelle Version? Also die 1.10, jetzt nicht die ganz aktuelle, denn die ist ja nur noch in Snapshot. Oder noch in Snapshot. Also für die 1.10, was gibt es da? Und ja, ich habe da etwas gefunden, das gefällt mir ganz gut und zwar nennt sich das das Hermit Pack. Jawohl! Und genau dort sind wir drin. Okay, die Sonne ist schon relativ hoch. Wir sollten uns mal umschauen nach einem Plätzchen, wo wir hingehen können. Und dann muss ich auch noch mal gucken, weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ich habe übrigens ein Texture Pack wieder drin. Man kennt es, glaube ich, noch aus dem Infinity Evolved Bienen. Oh, die sind tagsüber mittlerweile sehr gefährlich. Die piksen nämlich. Ja. Okay, also wir haben viel Sand. Wir haben viel, äh, puh, eine Lava-Kerube. Da drüben ist wohl ein bisschen viel Sand. Also Wüste, schätze ich mal. Und da ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja. Oh, eine Höhle. Okay. Oh, guck mal hier. Ah! Haha. Ja. Ähm. Ne, ich brauche jetzt erstmal nichts. Nein, nein. Wir suchen uns ein nettes kleines Plätzchen. Und dann, äh, glaube ich, äh, hier ist ja gar nicht so schlecht. Hier ist ein bisschen erhoben. Und, äh, man hätte einen schönen Ausblick. Aber irgendwie gefallen mir die Berge da nicht, ne? Ich glaube, ich glaube, wir gehen ein bisschen hier hinten hin. So, wenn es für den ein oder anderen den Eindruck erweckt, es würde hier so zocken, wenn ich meine Maus jetzt hier bewege. Also, es wäre kein flüssiges Bild. Das ist richtig. Das ist tatsächlich so. Und zwar muss man sagen, dass die 1,10, und es fing, glaube ich, auch schon mit der 1,9 an, sehr, ähm, naja, also es ist nicht mehr so prickelnd, was die Performance betrifft. Und, äh, ich kann hier auch Speicher reinknüppeln, wie ich will. Es ändert sich nichts. Ich habe jetzt momentan aktuell 6 Gigabyte an Speicher zugewiesen. Und das ist mehr als genug. Mehr als genug. So, normalerweise sagt man ja 4 Gigabyte. Aber, es heißt, es ist sogar schon im Vizubis Forum zu lesen gewesen, dass tatsächlich, ganz speziell jetzt hier in der 1,10er Version, sollte man Minimum, Minimum 6 Gigabyte also schon zuweisen. Minimum. So, und ich habe jetzt, äh, 6, also fast 7 Gigabyte zugewiesen. Und, äh, ich hatte es auch schon auf 8 und auf 10, ähm, weil das geht. Ich habe, ja, genug Speicher bei mir drin. Ähm, es ändert nichts. Es ändert gar nichts. Also, ich, ich kann tatsächlich alles über 6 geben, was ich will. Es ändert sich nichts. Und von daher lasse ich es dann jetzt auch tatsächlich auf den 6 irgendwas. Und, ähm, wir müssen uns halt damit jetzt einfach arrangieren. Und das hat auch jetzt auch nichts mit FPS oder so zu tun. Äh, das ist Wumpe. Weil, das, das ist absolut egal. Ich glaube, ich könnte es mal kurz anmachen. So, ich habe jetzt hier meine 60 FPS. Also, das ist hier, ne, so. Und, ähm, gut, jetzt geht es ein bisschen runter wegen dem Wasser und dem ganzen Kram. Aber hier, okay, hier geht es noch ein bisschen weiter runter. Jetzt geht es schon auf 30. Aber wir, wir halten uns eigentlich so. Ne, so. Und wenn ich halt sehe, dass ich eigentlich ab 30 FPS ein recht flüssiges Bild habe, dann ist das hier einfach, äh, na, so. Ähm, ich mache es jetzt wieder aus, weil, äh, brauchen wir nicht. So. Ähm, natürlich habe ich auch eine große Auflösung. Das muss man jetzt dazu auch noch sagen. Ist klar. Aber ich finde, also in dem anderen Projekt, was ja noch parallel dazu läuft jetzt hier, ist ja, äh, wie heißt es, ähm, Livehands are Blocks. Ähm, da spielen wir auf der 189, hatten ja auch etliche Probleme mit Lags. Das hat sich aber jetzt, glaube ich, rauskristallisiert, woran das liegt. Ähm, hat also gar nichts mehr mit der Version in dem Sinne zu tun, sondern tatsächlich mit einem Mod-Paket, das wir haben. Ähm, da ist sowas nicht. Und 189 ist, äh, übel. Also, das ist eine der verschriegensten Minecraft-Versionen, Die ist wirklich übel und da haben wir solche Scherze nicht. Also hier ist das echt extrem. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also bitte nicht an mir rummachen. Ich habe damit nichts zu tun. Das bin ich nicht. Das ist tatsächlich das Paket. Ja, also müssen wir jetzt, wie gesagt, durch. So, jetzt haben wir aber immer noch keinen Platz gefunden. Ja, wie gesagt, Hermit Pack jetzt hier ist ein Projekt, was von Feed to Beast ins Leben gerufen wurde und ist beruht, ja, beruht auf einem Team von YouTubern, vorrangig englischsprachige YouTuber, die sich also da mal zusammengerottet haben und quasi ein öffentliches Pack als Alternative zu den Hermit Servern gemacht haben. Weil der Hermit Server ist ja eigentlich ein geschlossenes Projekt. Also ähnlich wie zum Beispiel damals der Minecraft Server ist ja auch ein geschlossenes System. Sprich, dort sind also nur Leute drin, die weitlistet sind. Und da das eben, wie gesagt, beim Hermit Craft genauso ist, hat man gesagt, okay, dann lass uns doch einfach etwas machen, damit die Leute halt wenigstens das Gefühl haben, sie wären auch, sie könnten teilhaben. So, und ich fand das Paket ganz, ganz interessant. Oh, wow. Ich fand das Paket ganz irre, ganz lustig, ganz witzig und habe mir gedacht, alles klar, bleiben wir dabei. Das finde ich gut, das nehmen wir mal mit rein und gucken mal, wie weit wir hier kommen und was wir hier machen können. Und ich möchte es, wie gesagt, als Langzeitprojekt nutzen. Und von daher wird wahrscheinlich Vize-Beast Infinity Evolved jetzt erstmal in eine Warteposition gehen. Eventuell werde ich es nochmal rauskramen, aber im Moment würde ich tendenziell eher dazu sagen, wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich lasse es in der Warteposition und ja, dann gucken wir mal. So, ich finde das hier ganz interessant. Das ist ein kleines Inselchen. Auf der Minimap kann man es erkennen. Und ich glaube, jetzt wird es langsam dunkel. Das heißt, hier wird es gleich richtig rupi-zupi interessant werden mit irgendwelchen Mobs. Oh, da unten sind die ganzen Dinger. Okay, nee, das finde ich ganz nett hier. Ja, doch, das hat was hier. Ist okay. Finde ich gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eben einen Cut und baue mal eben schnell eine kleine Hütte hier hin. Das mache ich jetzt mal außerhalb. Und wir sehen uns gleich dann auf der anderen Seite wieder, wenn ich hier mein Häuschen habe. Und dann machen wir weiter. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir haben jetzt gar nicht, keine Ressourcen, nix null, null, null. Und ich glaube, hier wird es gleich übel. Deswegen machen wir das genauso. Okay, bis gleich zapp, zapp, da war ich fleißig. Und habe mal eben ein kleines Häuschen gebaut. Ein kleines Starterhäuschen. Nichts Besonderes. Also wirklich ganz, ganz wenig. Ja, ich war ein bisschen fleißiger als fleißig. Nur ein bisschen. Okay, ich habe das Ding hier erst mal ausgeleuchtet. Und naja, habe halt ein bisschen gespielt und so weiter und so fort. Ein paar Bäumchen gepflanzt wegen dem Holz etc. Blablabla. Steine natürlich gesammelt. Muss ja auch sein. Gehört dazu. So, und solche Scherze, das haben wir jetzt alles eben gemacht und haben auch einen kleinen Garten gemacht und einen kleinen Weg hier gemacht und solche. Also alles wirklich nur basic, basic, basic. So. Aber ich war halt auch so fleißig und habe mal eine kleine Mine gebaut. Oder eine Mine gekraben, muss man mal so sagen. Ähm, das geht eine ganze Ecke darunter. Also ganz schön tief geht das darunter. Ähm, ich glaube noch nicht ganz auf dem Bedrock-Level. Das, da sind wir noch nicht. Aber, äh, schon nah dran. Und, ähm, das habe ich auch Diamanten gefunden. Problem ist, ich kann so nicht abbauen. Nein, ich habe nämlich noch nicht das richtige Werkzeug dafür. Weil wir sind ja hier in einem Modpack und, ähm, da geht das nicht so einfach. Ach, deswegen, da muss ich noch ein bisschen, ähm, naja, ich muss da halt noch ein paar andere Sachen erst, äh, bauen, craften, etc. So, auf jeden Fall, wir haben hier, äh, ähm, das Problem, was ich habe, es gibt ja eine Mod drin, mit der kann man diese Leaves halt noch ein bisschen rausnehmen. Dann läuft zwar, oh, das ist, warte mal hier, das ist, ich habe es ja schon vorhin gesagt, das ist, äh, das ist schon ein bisschen blöd. Das ist schon ein bisschen blöd, dass hier so, wusch, ne, das ist, das ist kein flüssige Bewegung, sondern, äh, das gibt Kopfschmerzen. Und gerade du als Zuschauer bekommst da tierische Kopfschmerzen, wenn ich dann entsprechend so wusch hier durchziehe mit der Maus, ähm, ich muss versuchen, das ein bisschen zu reduzieren. Und, ähm, auch die Bäume, wie gesagt, wir können es mal kurz an dem hier testen. Ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Tastenkombination, ne, die war es nicht, ne, äh, die nicht, die nicht, die nicht, äh, ist es die? Oh, 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 ja, 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 hier, da kann man die Crids mit anzeigen, ah, ah, das ist cool. Äh, Moment, aber da gibt es doch auch, ah, ne, okay, das ist wurscht. Ähm, die F-12, nein, die F-12 ist es auch nicht. Gott, welche ist denn das? Ähm, ich weiß es, es, die, die, was, was ist das? Wieso geht, ach so, es bäubelt es wahrscheinlich. Welche Tastenkombination ist denn das? Das ist nicht die F-4, das ist nicht die F-5, weil das ist, das bin ich, das ist nicht die F-6, das ist nicht die F-7, denn das ist fürs Licht, glaube ich, das ist nicht die F-8. Herrgott, welche ist das? Das ist nicht die F-9, das ist nicht die F-10, die F-11 ist es logischerweise auch nicht. Ähm, muss ich nochmal nachgucken, mach ich, mach ich in der Pause. Ähm, da muss ich nochmal nachgucken, weil, äh, man kann diese Dinger, wie gesagt, auch anders gestalten und dann lassen die sich auch ein- und ausschalten. Also, dass diese, diese Zuppel, die da drunter hängen sind und eigentlich hatte ich die auch aus. Ich frage mich jetzt gerade, wieso die wieder an sind oder ich habe die anders eingestellt. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal ansehen, ähm, dann vor allen Dingen die Tastenkombination wieder rausfinden, welche das war, womit man da reinkommt. Aber das mache ich, wie gesagt, äh, nachher mal in der Aufnahmepause. So, ähm, also, ja, wir haben, also ich hab, so, ich hab jetzt hier halt, wie gesagt, ein kleines Starterhäuschen. Das Starterhäuschen übrigens, das ist, ähm, entnommen von einem anderen, äh, YouTuber, der aber schon ein bisschen größer ist. Und zwar ist das der liebe, äh, Wells Knight, ähm, ist, glaub ich, ein Engländer? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Könnte aber sein. Ich könnte mich natürlich jetzt auch ganz, ganz böse ins Fettnäpfchen setzen und, äh, er wäre ein Amerikaner. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, ist das tatsächlich ein Entwurf von ihm. Und den hatte ich mal gesehen. Ich fand den ganz nett, äh, weil das doch ein recht kompaktes, kleines Häuschen ist. Und, ähm, doch ein bisschen ab von den Standardsachen. So, mit, äh, äh, halt vier Wände und ein, äh, Dach, bumm. So, dass ich, schon alleine das Dach finde ich, ähm, interessant. So, macht etwas. Es ist, es ist anders. Es ist einfach anders. Wobei, es ist nicht genau das gleiche Design. Seins ist ein Ticken anders. Ich habe tatsächlich vier Wände, die gleich, äh, lang sind. Bei ihm ist es ein bisschen anders. Ähm, aber, äh, so vom System her, Grundsystem ist es gleich. So, okay. Was haben wir hier noch? Ähm, natürlich, ähm, ja, Interieur, aber nur marginal. Haha, ja. Mops. Äh, ich habe ein paar Mops geschlachtet. Ist ja logisch. Wenn man da unten in der Mine rumrennt, dann hat man auch ein paar Mops. So, äh, Kisten. Coole Sache. Coole Sache. Man kann jetzt Kisten mit verschiedenen Farben machen. Hat nichts mit dem, mit dem 1-10er-Pack zu tun, sondern ist hier eine Mod, ähm, die dafür sorgt, dass man eben auch farblich, äh, Kisten machen kann, entsprechend aus dem Holz. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Kisten hier aus dem Akazienholz. Und ein Akazienholz ist ja nicht wirklich jedermanns Sache, weil es halt so diesen, äh, sagen wir mal, rot, äh, ja, wie soll ich sagen, so einen, so einen, so einen komischen rot-pinken Touch hat. Und, ähm, ich mag das manchmal für ein Dach oder so. Ich glaube, auf dem Dach habe ich sogar Akazienholz drauf. Da ist es ganz nett, ganz witzig, aber, ähm, ein Haus so daraus ist schon ein bisschen heftig. Ich glaube, die Tür ist auch aus Akazienholz. Wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, Tinkers ist hier drin, ne? Das ist, äh, Standardbesetzung. Da ist jetzt auch ein bisschen was anders. Man hat nämlich jetzt hier oben die, äh, einzelnen Felder und kann dann auf die, auch die entsprechenden Crafting-Positionen direkt wechseln, ohne erst raus, wieder rein und so. Ganz, ganz, okay. Ganz prima. Aber, ähm, ja, Ofen-Standard, äh, zwei Eisenkisten ist klar. Normale Kiste mit, äh, Eisen drumherum. Dann gibt es halt die, die Kisten, die haben dann mehr, äh, Fassungsvermögen. Also jetzt wie in dem, uh, äh, wie in dem, ne? Ist mehr Fassungsvermögen ist, glaube ich, dann eine Kiste so viel wie halt eine Doppelkiste. Also wie diese hier. Ähm, ja, gut. Ähm, da, genau, wie, wie diese. Genau, ist eine Doppelkiste. Richtig, genau. So, hier habe ich ein bisschen meine, äh, Lebensmittelsachen, die ich halt so durch kleinere Streifzüge hier und da gefunden habe. Äh, das ist übrigens alles hier PAMS Harvest Craft. Das ist also relativ easy zu bekommen, ne? Irgendwo draußen findet man immer diese kleinen Bücher draufhauen. Dann gibt es halt Samen entsprechend. Und da habe ich eine ganze Menge von. So, ich habe tatsächlich sogar auch Potatoes. Ähm, nicht fragen, woher. Haha, ich, äh, habe die gefunden. Ja, ähm, dann habe ich, äh, was habe ich hier noch? Ich habe, äh, Standardwerkzeug, ähm, für den Anfang gebraucht. Das habe ich also hier entsprechend. Dann habe ich jetzt hier schon so die ersten, äh, die ersten Versuche sozusagen. Also unterstes Level von Tinkers, äh, Tools. Ähm, hier ist übrigens, äh, sowas ähnliches wie, wie das Iguana-Tweaks drauf. Das heißt, die Dinger leveln sich also auch selbst. Das ist aber jetzt tatsächlich so, ähm, es ist ein Aufsatz für Tinkers. Es ist kein Iguana mehr. Ja, das ist, das gibt es also in dem Sinne so nicht mehr. Das ist vorbei wohl. Ähm, seit der 1, äh, 10 ist, glaube ich, die letzte Variante, wo noch Iguana drin war. Ähm, das ist jetzt überholt worden sozusagen und nennt sich, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt hier nennt. Ich müsste es mal raussuchen. Äh, vielleicht fällt es mir noch ein und ich erinnere mich dran, dann sage ich es nochmal. Ansonsten kann man ja auch gerne im, äh, Curse-Launcher beziehungsweise im, äh, Vize-Beast-Launcher nachsehen. Dort sind ja in der Regel dann die, äh, Mods aufgelistet, welche alles bei Hermit-Pack drin sind. Ja, dann, jo, ich hab, äh, hier, Sattel und so ein Zeug. Das gibt's halt unten drin, weil ich glaube, hab ich ne Miene gefunden? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich war, ich war fleißig. Also, hier, Bücher und so. Wo hab ich die? Oh, mo. Oh, mo. Jetzt haben wir schon wieder. Ach Gott, das ist furchtbar. Ähm, ja. Das Schüssel. Okay, da müssen wir uns jetzt wieder dran gewöhnen. Es gibt also wohl wieder ein paar Probleme mit Schüssel hier. Na, wunderbar. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt zu viele von diesen Dingern bekommen. Ähm, das gab nämlich ein Update vorhin. Also, als ich das Spiel gestartet hab, gab's direkt ein Update. Und, naja, da hat's wohl mit Schüssel jetzt wieder ein bisschen Probleme gegeben. Jetzt haben wir halt wieder diese üblichen, äh, pink-schwarzen Kästchen, wo ein Werkzeug einig ist. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir eben gucken, dass wir dann kein Schüssel mehr nehmen oder so. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir sehen. Ist jetzt auch erstmal egal. Ähm, ich glaube, es betrifft nicht alles. In dem Falle wohl nur das Werkzeug an sich. Da kann ich noch mit leben. So. Gut. Gut, aber ansonsten hab ich, äh, ich hab ein Dorf gefunden. Oder vielmehr, ich hab tatsächlich ein paar Dörfer gefunden, weil ich nämlich rumgerannt bin, ähm, in der Bauphase hier so. Und, ähm, hab ein bisschen erforscht, sind ein paar Dörfer gefunden. Ich glaub, die ersten zwei oder drei hab ich auseinandergenommen. Und danach hab ich, äh, nicht mehr gemacht, sondern nur noch markiert und bin einfach weitergelaufen. Unterwegs hab ich auch hier so'n Sack bekommen. Das war super, denn so'n Sack, ne, das ist also quasi, ähm, naja, ein Sack. Da ist halt viel Platz drin, ne. So, und da hab ich auch hier solche Sachen, ne. So, zum Beispiel, ne, Diamantenspicksack, äh, Spitzack, die hab ich tatsächlich gekriegt. Die lag in einer, wo lagen die drin? Ich glaube, die lag bei einem Schmied. Bin mir aber nicht mal ganz sicher. Könnte aber sein. So, gut. Es ist dunkel, äh, es ist gut ausgeleuchtet draußen. Das heißt, da passiert sowieso nichts. Im Prinzip wird in dieser Folge eh nicht viel passieren, außer dass wir uns hier, äh, ein bisschen mit bla bla bla, äh, totschlagen. Ähm. Ähm, und, ähm, ja, eben, genau. So, was, achso, ne, das ist das, das, das. Achso, ja, was haben wir denn alles sonst? Also, es gibt ein paar Bücher hier. Das ist dieses, äh, äh, Actually Edition. Das ist ein Mod, das ist eigentlich so ziemlich mit eins der intensivsten Mods hier drin. Ähm, nebst diesem hier. Ähm, die beiden, ähm, die beiden, also dieses und dieser Mods, die sind eigentlich so ein bisschen dafür zuständig für Tech, Technik und so ein Kram. Ähm, die sind auch ganz interessant, ähm, da werden wir auf jeden Fall, jeden Fall einsteigen demnächst und, ähm, dann mal ein bisschen bauen und machen und tun, damit man das auch mal sieht. Achso, eins noch möchte ich noch gerne gesagt haben, bevor wir diese Episode hier abschließen. Äh, ist ja eh, wie gesagt, nur eine Einführungsepisode. Ähm, hier ist übrigens Stein und so ein Zeug. Ähm, klar, durch das Texturenpack sind die Sachen jetzt ein bisschen anders. Also, das ist ja zum Beispiel Clay, ganz klar. Äh, das ist Sand. Dann hab ich, äh, Sand brauche ich übrigens noch ein bisschen mehr. Das hat seine Gründe. Äh, es gibt hier den Diorite, es gibt den Cobblestone, es gibt den normalen Landessand, Gravel, äh, wie hab ich auch Stein, Marble, klar, Dirt, bla bla bla. Ähm, naja, es gibt halt hier ein paar Sachen. Ach, hier Hardened Stone. Das ist eine coole Sache. Dieses Hardened Stone Zeug ist richtig gut. Das ist schön. Da kann man echt tolle Sachen draus machen. Ähm, das hat was. So, was haben wir hier? Ah, das ist meine Plünderkiste. Hier hab ich, ähm, ja, Sachen, die ich halt in der Mine gefunden hab. Äh, was ich rausholen ließ. Also hier Eisen. Zinn, äh, Lid. Yellowrite. Äh, Ruby. Dieses Blackquard. Das ist hier Actual Editions. Dafür werden wir das auf jeden Fall brauchen. Da brauchen wir auch noch viel mehr von. Äh, da hab ich ein paar Eilen schon geschmolzen. Osmium. Ja, gut, das ist aber hier, ja, Neckarnissen halt, ne? Ähm, hab ich übrigens auch noch nie so wirklich gemacht. Muss ein guter Mod sein. Würde ich gerne mal ein bisschen weitergehen. So, dann haben wir hier schon ein paar geschmolzene Sachen. Was hab ich hier? Ach, Kopper. Kopper? Seit wann hab ich hier ein Kopper? Doch, natürlich, ich hab Kopper. Ja, klar, klar, logisch. Natürlich hab ich Kopper. Ja, hier hab ich meine Pflanzen, die ich alle so, äh, gefunden hab und, äh, mitgebracht hab zum Anbauen. Sind nicht alle Bäume drin. Und das hier ist meine Plünderkiste für allen möglichen Kram, der mir halt so unter die Flossen kam. Unter anderem auch Essen. Nein, das hab ich nur da reingetan, weil es da der Platz für war. Genau, so, da sind ganz viele Sachen, da ist übrigens so ein leerer Sack von dem Zeug, ne? Also, ich kann das hier, ähm, das ist lustig. Also, dieses Ding kann ich über, ähm, über so eine Kiste packen, glaub ich. Und dann kann ich den gesamten Inhalt sozusagen mitnehmen. Also, den Sack mitnehmen und kann den dann irgendwo wieder hinstellen, ohne dass mir der Inhalt raus verloren geht. So, irgendwie glaube ich das. Verstanden zu haben, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ansonsten hab ich hier, glaub ich, was haben wir das? Ach, ne Enderbomb. Keine Ahnung, wo Frau Pfeudy ist. Ähm, jo, ein Emerald Swerd. Aber das ist, poh, nö, nicht wirklich. Der Hut könnte ganz interessant sein. Für später vielleicht mal. Dann hab ich hier, äh, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Jo, den Ender, den haben wir gleich ein paar Mal. Wieso gibt's hier eigentlich keine Sortierung? Hallo, hallo, hallo? Nicht, nicht, nicht so. Ich will das... Oh, Moment, äh, wie war das? Oh, nein, äh, P, nein. Oh, Gott. Wie, wie ist das hier mit dem Ausblenden? Ähm, ah, okay. Die Tasten sind alle noch nicht so in Ordnung, wie ich sie brauch. Okay, muss ich, muss ich hier gucken. Das finden wir alles noch. So, kein Problem. Ähm, ist jetzt auch Würstelchen erstmal. Ist, ist egal. Ähm, was haben wir hier? Eine Endertorch. Keine Ahnung. Weiß ich auch noch nicht, was das ist. Äh, also der Ender ist klar. Den kennen wir aus diversen anderen Sachen. Ganz nett. Dann hab ich hier einen Endershear. Äh, weiß ich auch nicht, was das ist. Long Range Sheep Shearing. Okay, könnte sein, dass ich vielleicht dann irgendwie einen Kilometer weit entfernte Schaf scheren kann. Ich weiß es nicht. Ich hab keinen blassen Schimmer. Äh, ist auch egal. Ähm, was ich noch sagen wollte. Genau, das möchte ich zum Abschluss noch sagen. Ähm, die Folge wird nämlich sehr lang. Ähm, macht aber nichts. Ist die Einführungsfolge. Deswegen lassen wir das so. Also, was ich gerne sagen möchte, ist folgende Situation. Es wird mit Sicherheit der eine oder andere vielleicht sagen, oh, du bist so blöd in dem Mudpack. Das muss man so und so machen. Und warum hast du nicht das gemacht? Ja, ich weiß. Aber ist meine Sache. Okay? Ist mein Let's Play, mein Kanal und meine Art, es zu spielen. Ganz einfach. So sieht's aus. Ganz easy peasy. Ja? Ich bin für konstruktive Kritik gerne bereit zuzuhören. Ähm, hallo, kann ich hier? Doch. Ähm, ich, ähm, bin auch, äh, 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 absolut offen für, äh, Anregungen. Ja? Also, wenn jemand sagt, du, pass auf hier. Ähm, dann gibt's vielleicht nochmal die und die Sachen. Die könntest du auch nochmal gucken. Die ist vielleicht etwas einfacher. Absolut. Bitte her damit. Aber nicht irgendwie dumm. Komm, das musst du so machen. Das hab ich schon gewusst, als ich noch fünf Jahre alt war. Und noch, äh, das. Nein, bitte lass so einen Scheiß. Das interessiert niemanden, ja? Solche Kommentare werde ich wahrscheinlich dann auch, äh, wegblocken. Also, löschen und wenn's mir zu dumm wird, auch gleich den User mit wegblocken. Also, bitte, ne, bleibt sachlich und, ähm, äh, einfach akzeptieren. Es ist mein Kanal. Es ist mein Let's Play. Und es ist meine Geschichte, die ich hier erzähle. Und die erzähle ich so, wie ich sie möchte. Und nicht wie, ähm, man glaubt, ich sie zu erzählen hätte. Okay? Wenn das jemanden stört, dann, äh, bitte auf einen Kanal gehen, der das Modpack hier professioneller begleitet. Die Fackel ist blöd, dass die da so nebendran steht. Naja, äh, dann bitte auf einen anderen Kanal gehen, wo es halt professioneller gemacht wird. Äh, da wird man dann bestimmt, äh, viel, viel glücklicher werden beim Zuschauen. Äh, hier ist auch gar nicht wirklich das Voranschreiten im Modpack jetzt, äh, relevant. Sondern, was man eben draus macht. Und das kann dann eben auch mal ein bisschen länger dauern, äh, weil hier vielleicht ganz andere Sachen mal im Vordergrund stehen, ne, dass man mal ein bisschen Exploration macht, dass man ein bisschen Geschichten erzählt, dass man dies macht und jenes macht und, und, und. Ähm, diese Freiheit möchte ich mir nehmen und ich werde sie mir nehmen und, ähm, hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer das auch, äh, akzeptieren kann und, ähm, entsprechend, ähm, naja, hierbei bleibt. Tja, so, das reicht jetzt erstmal für diese erste Folge zum Einstieg. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten und dann fangen wir auch dann mal an, sozusagen. Wir, 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 wir legen los. Ich würde sagen, ein paar Werkzeuge vielleicht machen, gehen wir in den Keller nochmal, weil mit der Diamantspitzhacke könnten wir vielleicht das ein oder andere noch raushämmern, was wir brauchen. Ich brauche eine ganze Menge Sand, ähm, ich weiß auch schon, wo wir die herkriegen, ähm, und, äh, naja, es gibt, es gibt noch viel zu tun. Sagen wir es mal ganz einfach so. Es gibt viel zu tun, wir brauchen noch einen Schmelzofen und, 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 all so ein Kram. Dann möchte ich vielleicht auch noch ein Kellerchen hier reinmachen, wo ich so mal kleine Maschinen hinsetze, die man schon mal so am Anfang haben kann, und, und, und. Das, das machen wir aber, wie gesagt, alles so ab der nächsten Folge im stetigen Gang, im stetigen Fluss, und, ähm, für hier reicht es erstmal. Ich sag tschüss und, ähm, wir sehen uns. Bye, bye.